Hallihallo, habt ihr Ehre herzlich willkommen zurück zu einem neuen Tauchgang hier in Subnautica. Ähm... Wir brauchen quasi... Um... Ja, um ein Zyklo plus Grips zu bauen. Ein Lythium noch. Gehen wir auf Lythiumjagd. Ähm... Ne, ich möchte... Glaube ich... Die Richtung Lythium brauchen wir, wo es ein bisschen tiefer ist. Boah, ich schau mal. Das ist so die Richtung... Aurora, ne? Okay, okay, okay. Schau, ob vielleicht hier was ist. Ein paar Schrottdinger nehmen wir auch mit, weil wir jetzt ziemlich viel Blei verballern. Blei war es, oder? Ganz kurz schauen, das war Salz. Ja. Gut. 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 Die Muck geht immer. Golde Muck. Let's kill it. Ist hier nichts an diesem dunklen? Nichts an diesem dunklen Stil. Können wir auch noch mit? Oh, ich hoffe ich habe den Mod leer gemacht. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Voll. Senken wir gleich, senken wir gleich. Ich muss mal noch ein bisschen tiefe Gefilde gehen. Ja. Okay, auch nichts. Scheiße. Kein Lied. Wahrscheinlich wieder so simpel eigentlich zu finden, dass ich Horst finde es wieder nicht. Okay, wir müssen mal aufpassen, da ist es hier oder so. Genau, diese Viecher. Okay, der hat mich gesehen. I'm out of this shit. Tututu. Tututututu. Könnte doch gut ausschauen, oder? Guck mal, ob wir hier ein bisschen farmen können. Das gibt's doch nicht, da sind ja allein so blöde Steine da, oder? Gehsack. Komm mit. Schiefer war's. Natürlich war's Schiefer. Hier haben wir schon geformt. Hm. Die schiefe Steine sind in einer Ahnung zwar wirklich leicht zu finden, ne? Noch einmal dazu sagen. Wieder Kalk. Das hat mich nicht. Vision! Jetzt müssen wir nochmal kurz das Ende fahren miteinander, können wir endlich bauen. So weit ist die Motte weg. Gell? Bisschen im Auge halten. Ehh, da ist wieder so ein Gump. Alter. Oh, ich bin leid. Es gibt so... Alter, hab ich mich jetzt schon... Alter. Es gibt so manche Tage, da bist du einfach nicht für den Scheißy gewappnet. Heute glaub ich, ist so einer. Hä? Die nehmen wir auch mit. Okay, komm. Jetzt endlich mal die Dinger da bauen. Mal ein bisschen vorankommen. Dann kann man auch endlich mal hier das Zeug hier wegdrillen. Das war halt damals schon mal ziemlich cool. Schüsst. Schresst. Schwer zu. Ja. 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 Das war ziemlich ungeschickt. So, dann geht's zum Bastel-Bastel. Super. Schau mal gleich, ähm... Ich möchte einen Zyklop und einen Krebs gar nicht gleich am Anfang mitnehmen. Sondern erst die ganzen Module bauen. Sonst bringen die ja nicht wirklich was. Natürlich sind sie besser als Motte und so. Aber... Wenn der Dumme ist der richtig ausstatten, ne? Okay. Okay. Aber die Ehre. Okay. 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 So. We常 haben. Wir haben jetzt den Shit. Wo bin ich jetzt alles reingerämmt? Ich weiss es nicht mehr. Hier. Es ist normal zuerst. Es ist ein PRAWN-Suit, um zu fühlen, zu einem Limitless Power zu fühlen. PRAWN-Operators, Sie bekommen Wochenende Training, um das Phänomen zu counteren. Sie müssen mit Selbstdisziplinieren. Willkommen, Captain. Ich dachte, der ist schon mit inkludiert in dem Paket. Schlechter kommt sowas. Ist die so groß? Ich kann nicht bauen hier. Sie müssen in deeper Wasser gebaut werden. Oh! Gerto Rose habe ich dich nicht in Erinnerung gehabt. Oh! 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 Geiler Scheiß. Ah, es wird zurechtfinden. Okay, ein Modul haben wir ja schon. Ein Fahrzeug angedockt. Das ist ein richtiges Racing-Boot. Name. Ich bin so richtig kreativ. Okay. Okay. Ich bin so richtig kreativ. Ich bin so richtig. Gut, äh, sicherlich, ne? Ich bin so richtig. Jetzt geht's los. Kristalliner Schwefel. Okay. Okay. Tiefenmodul, aber wo krieg ich Nickel jetzt? Ähm, wir bräuchten auf jeden Fall diesen Driller-Arm. Kann ich den? Seek Fluid intake. Titan-Cyanid. So. Standteile, unbekannt. Ja, aber ich muss ihn jetzt weitermachen. Er wollte es ja eigentlich pimpen. So. wie tiefsten wir mit dem denn kommen 900 meter bis zu den schwefel habe ich tiefen modul stufe 1 ich habe kein nickel erz wollen wir uns doch schnell was messen jetzt habe ich ihn beinahe zerlegt das wollte ich doch gar nicht es müssten die fiecher zu nah an der base gut 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 bible stabilizing Gut. Ich brauche ja gar nicht so viele. Nee. Gut, dann machen wir jetzt noch ein bisschen was her. Gut. 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 So, die Station brauchen wir aktuell nicht. Oh, wir haben sogar ein Glas dafür gemacht. Das tun wir zum Quarz mit dazu, oder? Gut. Dann sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir belassen das jetzt leicht. Ich mache mir noch mal Kopf, wie wir im nächsten Video fortfahren. Genau. Bleib dran. Morgen ist der nächste Tagvorgang. Und dann schauen wir mal, dass es hier vorangeht. Dass wir mal eher in die Betten kommen. Und mal in die unendlichen Tiefen vor anderen tun, machen. Ich habe absolut keinen Bock. Aber es ist halt so. Nein, ich habe schon Bock drauf. Aber da sind nur wieder Viecher unten, da wirst du alles zerlegen. Na gut. Zu viel. Ihr Ende mit dem Gelaber. Nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bleibt dran. Morgen geht es weiter. Bis dahin habe die Jahre und Servus. Bis jetzt.